Friedrich Wilhelm Friedrich Wilhelm Marder Glitzeritzi Gelesen von Jasmin Stab Es war einmal ein Mädchen, das hat Glitzeritzi geheißen. Denn seine Augen glitzerten wie das gekräuselte Meer im Sonnenschein, sodass niemand hineinsehen konnte, ohne geblendet zu werden. Nur ein Mensch, der nie eine Lüge sagte, hätte in ihre wunderschönen Augen blicken können, ohne zu blinzeln. Und hätte Treue und Ehrlichkeit und einen Schatz von Gutherzigkeit darin gefunden. Aber wo findet man einen Menschen, der nie eine Unwahrheit sagt? Glitzeritzi hatte keine Eltern mehr. Darum ging sie, einen Dienst zu suchen, um ihr Brot zu verdienen. Sie fand auch bald Beschäftigung auf einem Bauernhof und tat ihre Arbeit so fleißig und pünktlich, dass die Bäuerin noch nie eine so gute Hilfe gehabt hatte. Aber eben deswegen konnten die anderen Mägde und die Knechte sie nicht leiden. Denn sie waren faul und wurden nun täglich vom Bauern und der Bäuerin gescholten, dass sie so wenig zustande brachten, während Glitzeritzi so viel mehr fertigbringe als sie. Eines Abends, als Glitzeritzi half, die Kühe zu melken, stieß die Stallmarkt, die Trine, den vollen Melkkübel um, sodass die schöne Milch im Schmutz dahin floss. Sie tat dies aber bloß aus Ärger, da die Kleine zwei Kühe molk, bis sie selber kaum mit einer fertig wurde. Denn Glitzeritzi behandelte die Kühe so sanft und zart, dass sie ganz still hielten und die Milch gerne hergaben, während sie bei der groben Stallmarkt unruhig und widerspenstig waren. Da kamen die Bäuerin in den Stall. Wer hat die Milch umgeschüttet? fragte sie, Brot vor Zorn. Glitzeritzi! rief die falsche Trine sogleich. Da sah die kleine Magd die böse Lügnerin nur mit ihren klaren Blauaugen an. Und die konnte ihren ehrlichen Blick nicht ertragen und wandte die Augen unruhig nach allen Seiten, sodass die Bauersfrau gleich merkte, dass sie gelogen hatte und ihr ordentlich den Marsch machte. Am anderen Morgen wollte der Bauer nach einem Zwergbäumchen sehen. Das köstliche Pfirsiche trug, die eben reif waren. Es war das einzige Pfirsichbäumchen weit und breit, weshalb er sich ganz besonders auf die herrliche Ernte freute. Da fand er das Bäumchen ganz leer. Und doch waren erst gestern noch mehr als 40 saftige Früchte darauf gewesen. Wer hat mir mein schönstes Obst gestohlen? rief er wütend. Das hat Glitzeritzi getan, sagten zwei Dirnen, die zusammen mit dem Pferdeknecht Peter den Baum geplündert hatten. Und der Peter, der eben vorbeikam, rief boshaft, Jawohl, das kann ich bezeugen, denn ich habe es selber gesehen. Schon wollte der erzürnte Bauer die Verleumdete rechts und links ohrfeigen. Da sah er, wie sie die drei Verkläger nacheinander mit ihren redlichen Augen anblitzte und wie diese schnell die Blicke senkten und nicht mehr zu erheben vermochten. Aha, die haben kein gutes Gewissen, dachte er. Er begab sich nun in die Schlafkammer der beiden Mägde und fand dort noch ein paar versteckte Pfirsiche. Beim Pferdeknecht entdeckte er zwar keine Früchte, wohl aber zwei der geriefelten Steine unter der Bettlade. In Glitzeritzis Kämmerchen jedoch, wo alles so blitzblank strahlte und so sauber aufgeräumt war, zeigte sich keine Spur davon. Dass sie am Diebstahl teilgenommen hätte. Nun waren die drei Diebe entlarvt und wurden fortgejagt. Darum hatten die Dienstboten auf dem Hof eine rechte Angst vor den glitzernden Augen und hassten die treue Magd umso mehr. Das Schlimme aber war, dass der Bauer und die Bäuerin selber keine wahrheitsliebenden Menschen waren. Einstmals sagte der Bauer zu seiner Frau, Ich will heute auf den Viehmarkt gehen und zwei Kühe verkaufen, denn wir brauchen Geld. Glitzeritzis soll mitgehen, befahl die Bäuerin. Von ihr lassen sich die Kühe am willigsten treiben. Und dann muss sie mir Verschiedenes aus der Stadt besorgen. Dem Bauer war das nicht ganz recht. Was wollte er aber machen? So nahm er Glitzeritzis mit auf den Markt. Und weil nur wenig Vieh aufgetrieben wurde und des Hofbauern Kühe die schönsten waren, konnte er sie schon in der ersten Stunde verkaufen und löste 800 Gulden für sie, viel mehr als er gehofft hatte. Dann ging er ins Wirtshaus, während Glitzeritzis ihre Aufträge erledigte. Nach einer Stunde kam sie wieder, um mit dem Bauern heimzugehen. Der aber wollte vom Aufbruch noch nichts wissen. Er trank und spielte Karten und sagte zu ihr, Warte noch, in einer Stunde wollen wir gehen. Die Magd wartete draußen auf der Bank unter der Linde. Denn in der Wirtsstube, wo es so laut und wüst zuging, mochte sie nicht bleiben. Auch war ihr der Wein- und Bierdunst sowie der starke Tabaksqualm widerlich. Nach einer Stunde ging sie wieder hinein, um dem Bauern zu sagen, dass es jetzt Zeit sei. Allein dem Hofbauern war es noch nicht ums Heimgehen zu tun. Und er fuhr sie unwirsch an. Kannst du denn gar nicht warten? Komm in zwei Stunden wieder! Still schweigend setzte sich Glitzeritzis wieder hinaus auf die Bank. Bis noch zwei Stunden um waren. Dann trat sie wiederum in die Wirtschaft. Da sagte der alte Säufer, Jetzt müssen wir erst zum Mittagessen. Es ist zwölf Uhr. Nach dem Essen fiel es ihm aber nicht ein, den Heimweg anzutreten. Er begann von Neuem zu saufen und zu spielen und schnauzte die brave Magd wütend an, so oft sie hereinkam und fragte, ob sie denn immer noch nicht nach Hause gehen wollten. Er war in einer ganz bösen Laune, weil er viel Geld im Spiel verlor. Glitzeritzis vertrieb sich draußen die lange Zeit, indem sie die schönsten Lieder sang mit ihrer glockenreinen Stimme. Das klang so lieblich, dass die vorübergehenden stille standen und lauschten. Endlich, als es schon Nacht war, machte sich der Bauer auf den Weg. Er hatte 500 Gulden verspielt. Ihr kommt aber spät heute, sagte die Frau, als die beiden die Wohnstube betraten. Drum ist auch so viel Vieh auf dem Markt gewesen, erwiderte der Hofbauer. Und viel Schöneres als das meinige. Ich habe die eine Kuh erst am Nachmittag und die andere am Abend verkaufen können und sie noch dazu spottbillig hergeben müssen, um sie nur loszuwerden. Hier ist das Geld. Gib es gut auf. Damit warf er die 300 Gulden auf den Tisch, die ihm von dem Erlös noch übrig geblieben waren. Was? Nicht mehr hast du für die zwei prächtigen Kühe bekommen? fragte die Bäuerin erstaunt und empört. Keinen Kreuzer mehr, flog der Bauer. Da fühlte er den Blick von Glitzeritzis glitzernden Augen und geriet in große Verlegenheit. Er wusste nicht, wohin sich wenden, um diesem unangenehmen Blick zu entgehen. Und als seine Frau ihn weiter ausfragte, hub er an zu stottern und sich zu verhaspeln, sodass sie wohl merkte, dass er sie angelogen hatte. Aha, gesoffen hast du wieder und das schöne Geld verspielt, schrie sie ihn an. Da war der Bauer furchtbar ärgerlich über Glitzeritzis, denn nur ihr ehrlicher Blick hatte ihn so verwirrt, dass sein Schwindel herausgekommen war. Eines Tages war die Bäuerin noch am Abend in den Saustall gegangen, um nach einer Sau zu sehen, wie bald Junge bekommen sollte. Da hörte sie Stimmen auf dem Hof und weil sie sehr neugierig und misstrauisch war, öffnete sie das Stahlfenster, um zu horchen, was da geschwatzt werde. Es waren aber nur zwei Knechte, die sich zankten. Da hörte sie ihren Mann rufen. Schreib, wo steckst du denn? Das Nachtessen brennt an! Schnell eilte sie in die Küche und vergaß darüber, das Stahlfenster wieder zu schließen. Die Nacht wurde regnerisch und kalt. Der Wind peitschte den Regen durch das offene Fenster in den Saustall hinein, sodass die Sau nass wurde und sich stark erkältete. Am anderen Tag brachte sie zehn tote Ferkel zur Welt. Da schallt der Hofbauer heillos. Wenn ich nur wüsste, wer das Fenster aufgemacht hat und offen stehen ließ. Ein Vermögen hat mir der Lump kaputt gemacht. Das hat gewiss die Trine getan, die Schlamp, sagte schnell die Bäuerin. Die war gestern Abend zuletzt im Stahl. Aber Glitzeritzi war gerade in der Stube und sie allein hatte gesehen, wie die Bäuerin noch als Letzte in den Saustall gegangen war. Und als die Frau so log, warf sie ihr einen ihrer blitzenden Blicke zu, sodass die Bäuerin über und über rot wurde. Und weil sie das spürte und sich darüber ärgerte, wurde sie noch röter und senkte den Kopf zu Boden. Sie wollte recht frei und frech aufblicken, aber sie brachte es nicht fertig von wegen der glitzernden Augen, die auf ihr ruhten. Immer wieder versuchte sie, den Blick zu erheben. Alleines war ihr unmöglich, den Strahl aus den klaren Augen zu ertragen. Das bemerkte der Bauer und geriet in großen Zorn. Aha, da sieht man's ja schon, wer das Unheil angerichtet hat und die Trine in falschen Verdacht bringen wollte, lachte er höhnisch. Nun hatte die Bäuerin eine giftige Wut auf die gar zu wahrheitsliebende Magd, die zwar nie mit einem Wort die Schuldigen angab, aber durch ihren ehrlichen Blick sie in solche Verlegenheit brachte, dass sie sich selber verrieten. Das kam oftmals vor. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass der Bauer und die Bäuerin einen wahren Hass auf die unbequeme Dirne bekamen und sie eines Tages vom Hof jagten. Nun suchte sich das gute Mädchen einen anderen Dienst und kam zu einer vornehmen Familie in der Stadt. Da war es recht froh, denn es dachte bei sich, gebildete und vornehme Leute Lügen nicht. Ach, wie täuschte sie sich! Was wurde erst da zusammengelogen? Da kam der Geldbriefträger und Glitzeritzi, welche die Postsachen dem Herrn brachte, sah, wie er ein paar hundert Mark in seinem Geldschrank verschloss, wo ganze Haufen von Goldstücken und Banknoten lagen. Gleich darauf läutete es und es kam ein Freund des Hauses, den die Magd zum Hausherrn hineinführte, Weil sie gerade im Flur zu tun hatte und ein äußerst feines Gehör besaß, hörte sie, ohne es zu wollen, was drinnen geredet wurde. Der Freund klagte, wie er sich zur Zeit in der größten Not befinde. Wenn er nur 200 Mark auf ein Vierteljahr geliehen bekommen könnte, um seine Miete zu bezahlen, so wäre ihm geholfen. Wenn er das Geld nicht bekomme, verliere er aber seine Wohnung und werde mit seiner Familie die schon bitteren Hungerleide auf die Straße gesetzt. In drei Monaten werde er mit einer Arbeit fertig, für die er 5000 Mark bekomme, könne also dann das Darlehen bestimmt zurückzahlen. Wenn er aber aus dem Hause gejagt werde, könne er die Arbeit auch nicht vollenden. Und alles sei hin. Vizzerizzi dachte bei sich, nun, dem armen Freund wird mein Herr gleich aus der Not helfen, er hat ja Geld genug. Aber was musste sie damit anhören? Der reiche Hausherr sagte mit betrübtem Ton, Ach, wie du mich in der Seele dauerst, damer Freund. Ich bin trostlos, dass ich gerade selber in der größten Not bin und auch nicht einen Kreuzer im Haus habe. Wenn ich doch nur einen Weg wüsste, um dir zu helfen. Mein Letztes würde ich mit Freuden für dich hingeben. Und wenn ich selber Mangel leiden müsste. Leider aber ist das mir nun ganz unmöglich. Hoffentlich findest du einen, der besser gestellt ist und dir helfen kann. Und so redete er noch eine Weile und begleitete dann den verzweifelten Freund hinaus. Wobei er noch sagte, Du darfst es mir glauben, wenn ich nur das Geld hätte oder irgendwo auftreiben könnte. Ich würde es dir mit Freuden geben. Denn was gibt es Schöneres, als einem Betränken in seiner Not zu helfen? Vollends, wenn er ein so guter Freund ist. Traurig bedankte sich der Freund für den guten Willen und schlich hinaus. Den Hausherrn aber traf ein Blitz aus Glitzeritzis hellen Augen, sodass er den Blick zu Boden senken musste und sich vor seiner Magd schämte. Und das ärgerte ihn natürlich ganz gewaltig. Eines Tages kam die Tante der Hausfrau auf Besuch. Die Frau hatte sie vom Fenster aus kommen sehen und trug schnell die zwei Torten, die auf dem Tisch standen und die sie mit ihrem Mann zum Kaffee verzehren wollte, ins Nebenzimmer. Dabei rief sie aus, Schon wieder muss die alte Schachtel kommen, wenn sie nur fortbliebe. Nichts Unangenehmeres gibt es für mich, als der ihr Getratsche anhören zu müssen. Ich sollte ihr wohl noch meine guten Sachen auftischen. Aber ich darf's mir nicht anmerken lassen, wie zuwider sie mir ist, denn sie ist eine Erbtante und da muss ich recht freundlich zu ihr tun. In ihrem Ärger über den lästigen Besuch hatte die Dame das alles zu Glitzeritzi gesagt, die nun ging und die Tür öffnete, da die Tante inzwischen heraufgekommen war und schellte. Als dann die Magd den Besuch eintreten ließ, lief die Hausfrau der alten Tante mit ausgebreiteten Armen entgegen und rief, Nein, welch freudige Überraschung, dass du kommst! Etwas Lieberes hätte mir nicht geschehen können. Dein Kommen ist immer ein Fest für mich und ich bedauere nur, dass du nicht öfters uns diese Freude machst. Es tut mir furchtbar leid, dass ich heute gerade nichts im Hause habe, das ich dir auftischen könnte. Wenn ich nur geahnt hätte, dass du kommen würdest, so hätte ich die schönste Torte gebacken. Da traf die Herrin ein Blick ihrer Magd und sie sah in die glitzernden Augen. Da musste sie sich schnell abwenden, denn sie konnte den Blick nicht ertragen, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Das fiel der Tante auf. Und als sie bemerkte, dass Glitzeritzis Auge sich nach der Tür ins Nebenzimmer wandte, ging sie hin und sagte, Wollen wir nicht im Wohnzimmer miteinander plaudern? Da finde ich es viel gemütlicher. Nein, nein, da darfst du nicht hineinsehen. Es ist gar nicht aufgeräumt, stotterte die Nichte. Aber schon hatte die Tante die Tür geöffnet und rief erstaunt aus. Ach, da stehen ja zwei prächtige Torten auf dem Tisch. Und von Unordnung sehe ich keine Spur. Ach ja, sagte die Hausfrau ganz verwirrt. Zwei Torten. Allerdings, wie vergesslich ich doch bin. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Und meine Magd scheint die Stube aufgeräumt zu haben. Jetzt konnte sie natürlich nicht anders. Sie musste die Kuchen anschneiden und der Tante anbieten, die sich's recht schmecken ließ und absichtlich recht viel davon aß. Denn sie merkte wohl, dass die Heuchlerin ihr nur nichts davon gegönnt hatte. Und dafür sollte sie gestraft werden. Die Herrschaft konnte es nicht lange mit der neuen Magd aushalten. Weil Mann und Frau immerfort Unwahrheiten sagten und auch einander anlogen, mussten sie sich täglich über das redliche Mädchen ärgern und sich vor ihm schämen. Darum kündigten sie ihm bald den Dienst. Die Leute in der Stadt hatten es schon gemerkt, was es mit Glitzeritzis ehrlichen Augen auf sich hatte. Und überall erzählte man sich von der schönen Magd mit den merkwürdigen Blicken, die niemand aushalten könne, der nicht die reine Wahrheit sage. Mit ihren glitzernden Augen mache sie jede Lüge und Heuchelei offenbar, weil selbst die frechesten Lügner in die größte Verwirrung und Verlegenheit kämen, wenn solch ein Strahl sie treffe. Darum werde jeder durchschaut, der in ihrer Gegenwart lüge und sei vor aller Welt entlarvt und beschämt. Alle lobten das treue, wahrheitsliebende Mädchen. Aber jedermann fürchtete es und niemand wollte es in Dienst nehmen, weil keiner sich entschließen konnte, immer bei der Wahrheit zu bleiben. Und da war es doch gar zu unangenehm, wenn man vor der eigenen Magd erröten musste und sich dadurch vor den Leuten verriet. So suchte denn Glitzeritzi lange Zeit vergeblich nach einer neuen Stelle. Nun hatte aber der König von der merkwürdigen Magd gehört. Er war wohl der einzige Mensch in der ganzen Hauptstadt, der durch und durch wahrhaftig und ehrlich war. Lügen waren ihm so zuwider, dass er gar nicht begreifen konnte, wie es Leute geben könne, die eine Unwahrheit zu sagen vermöchten. Deshalb glaubte er auch allen, die ihn anlogen. Allein hinten nach musste er oft merken, wie schändlich man ihn hinters Licht geführt hatte. Da dachte er, wie gut wäre es für mich, wenn ich eine solche Dienerin in meiner nächsten Nähe hätte. Da würde ich gleich merken, wenn mich einer betrügen will. Und viele schlimme Irrtümer und Ungerechtigkeiten blieben mir erspart, die mich allemal so bitter reuen, obgleich sie gegen meine Absicht geschahen. Sofort ließ er Glitzeritzi kommen und fragte sie, ob sie seine Privatsekretärin werden wolle. Privatsekretärin? Was ist denn das? fragte das schöne Mädchen. Davon habe ich noch nie etwas gehört und werde es nicht verstehen. Kannst du lesen und schreiben? erkundigte sich seine Majestät. Das wäre eine Schande, wenn ich das nicht einmal könnte. Also du musst alle Briefe lesen, die an mich kommen. Denn das sind täglich so viele, dass ich selber unmöglich Zeit dazu habe. Dann sagst du mir ganz kurz, aber recht genau und ehrlich, was in den Briefen steht und schreibst gleich die Antwort, die ich dir diktieren werde. Wenn es weiter nichts ist, sagte Glitzeritzi. So ist das ja eine leichte Arbeit. Die will ich gerne tun und werde mir alle Mühe geben, sie recht gut zu besorgen. Abgemacht, sagte der König. Und nun saß die Kleine den ganzen Tag in des Königs Arbeitszimmer und war auch immer dabei, wenn jemand mit ihm redete. Das war den Leuten furchtbar unangenehm, die mit irgendeinem Anliegen zum König kamen. Denn sie logen wie gedruckt, um den König glauben zu machen, ihr Verlangen sehr billig. Oder sie seien im Recht, wenn sie wegen einer Streitsache um seine Entscheidung baten. Die ehrliche Sekretärin hatte einen scharfen Verstand und einen durchdringenden Blick, der den Menschen gleich ansah, ob sie schwindelten oder nicht. Vor ihr konnte keine Lüge standhalten. Und so kam es, dass von jetzt an fast alle abgewiesen wurden, die vorher beim König immer so leichtes Spiel gehabt hatten. Weil er jedermann glaubte. Der König sah Glitzeritzi oft dankbar in ihre glitzernden Augen. Denn er konnte ihren ehrlichen Blick aushalten und hatte seine Freude an ihm, weil er selber durch und durch wahrhaftig war. Natürlich merkte das kluge Mädchen auch bei den schriftlichen Gesuchen gleich, ob es sich um Wahrheit oder Betrug handelte, mochten sie noch so schlau abgefasst sein. Darum waren die vielen Bittsteller, die den König nicht mehr betrüben konnten, wütend über die unbequeme Ratgeberin. Das Volk aber freute sich über sie, denn jetzt urteilte der König immer gerecht, was er ja stets gewollt, aber fast nie gekonnt hatte, da ihm früher die Wahrheit meist verborgen blieb. Am meisten ärgerten sich des Königs Minister über Glitzeritzi. Ja, sie fürchteten und hassten sie, denn bisher hatte sich der König nach ihren Ratschlägen gerichtet. Jetzt hörte er auf die unbestechliche Magd. Oft boten sie ihr insgeheim viel Geld, Schmucksachen und Kostbarkeiten an. Wenn sie den König überreden wolle, ihre Wünsche zu erfüllen. Aber sie blieb dabei, dass sie nur die Wahrheit unterstützen und ihr zum Sieg verhelfen wolle. Und das tue sie umsonst und nehme kein Geschenk dafür an. Der erste Minister hatte immer den größten Einfluss auf den König gehabt und alles bei ihm durchgesetzt, weil er alles im Namen des Volkes forderte, obgleich er nur verlangte, was er selber begehrte und was durchaus nicht nach dem Willen und zum Besten des Volkes war. Der gute König liebte sein Volk väterlich und hätte ihm gerne alle seine Wünsche erfüllt. Darum sagte der Minister immer, wenn er etwas erreichen wollte, das Volk wünscht es. Und dann gab der König allemal nach. Da kamen dann eigennützige Leute zum Minister und trugen ihm ihre Anliegen vor. Sie brachten ihm reiche Geschenke und versprachen ihm noch mehr, wenn er ihr Begehren erfülle. Oder sie drohten ihm, wenn er ihnen nicht zu Willen sein wolle. Um sich diese Menschen zu Freunden zu machen und recht viel von ihnen zu bekommen, sagte dann der Minister dem König alles, was sie haben wollten. Aber jedes Mal begann er Majestät, das Volk will, das Volk wünscht. So hatte er einmal zum König gesagt. Das Volk verlangt, dass seine Abgeordneten mehr in die Regierung reinreden dürfen und dass nichts mehr beschlossen wird ohne ihre Zustimmung. Ach, das Volk begehrte nicht, dass die Regierung noch schwächer werde, als sie schon war und dass die Leute, die nur ihren eigenen Vorteil suchten, die Macht bekämen. Aber der König glaubte dem Minister, das sei der Wunsch seines Volkes und er verzichtete daher freiwillig auf seine Vorrechte, zum großen Schaden des Landes. Und als einmal Krieg war und die Feinde schon beinahe besiegt waren, versprachen sie dem Minister große Schätze, wenn er ihnen dazu verhelfe, dass der König schnell Frieden mache und ihnen alle ihre Forderungen erfülle. Denn sie hatten gemerkt, dass sie ihre unverschämten Ansprüche mit den Waffen gegen das Tapferehe des Königs nicht durchsetzen konnten. Da sprach der verräterische Minister zum Landesherrn, das Volk begehrt sofort Frieden. Es hat den Krieg über genug. Und wenn er fortdauert, so macht es Revolution. Es will nicht, dass man etwas von dem behalte, was unsere Helden dem Feind abgenommen haben. Es will auch nicht, dass die Feinde den Schaden ersetzen sollen, denen sie uns ruchlos zufügten. Es verlangt vielmehr, dass man ihnen in allem nachgebe, damit sie zum Frieden bereit sind. Da gab der König alle errungenen Vorteile preis, zog sein Heer aus dem eroberten Feindesland zurück, lieferte dem Feind alle seine Waffen und Schiffe aus und bewilligte alle seine unverschämten Forderungen. Nur weil er glaubte, damit erfülle er die heißesten Wünsche seines Volkes. Dadurch aber brachte er eben das Volk in die bitterste Not, ganz gegen seinen Willen. So war es bisher gewesen. Nun aber genügte ein Blick aus Glycerizis ehrlichen Augen, um die Lügen des Ministers zu Schanden zu machen. Da kann man sich leicht denken, wie er und alle seine Helfershelfer auf die junge Ratgeberin erbost waren. Sie brachten die schändlichsten Verleumdungen über sie vor, um sie in Ungnade zu stürzen. Aber ihre Tücken und Listen wurden alle durchschaut und hatten daher keinen Erfolg. Da schlugen sie einen anderen Weg ein. Sie logen das Volk an und hetzten es auf. Dabei halfen ihnen alle die vielen zurückgewiesenen Bittsteller, alle Heuchler und Lügner im Lande. Und weil die meisten im Volk recht einfältig und dumm waren und den Lügen mehr Glauben schenkten als der Wahrheit, glaubten sie wirklich, was ihnen vorgeschwatzt wurde. Nämlich Glycerizis sei an allem Elend des Landes schuldig. Wenn nur sie gestürzt werde, so bekomme das Volk die Macht im Reich und könne alles durchsetzen, was ihm gefalle. Jeder meinte, so wäre es am schönsten, wenn er tun könne, was er wolle, und dachte nicht daran, dass dann auch alle anderen tun könnten, was sie begehrten, wenn es ihm auch noch so unangenehm und zuwider wäre. Und weil jeder nur seinen eigenen Vorteil suchte und sich nicht darum kümmerte, was den anderen lieb und nützlich war, musste das Jahr einen fortwährenden Kampf und Streit geben, bei dem zuletzt nur die Sieger die Macht behielten, ihre eigenen Wünsche durchzusetzen. Und das ganze arme Volk gar nichts mehr gelten würde, geknechtet, vergewaltigt und rechtlos wäre. Jetzt war das noch ganz anders und viel besser, da der gute König mithilfe der ehrlichen Glitzeritzi alles für das Wohl des Volkes tat. Ja, das sahen sie nicht ein, diese dummen, verblendeten und verführten Menschen. Darum empörten sie sich, drangen in den Palast ein und jagten Glitzeritzi aus dem Lande. Eigentlich hatten sie das arme Mädchen töten wollen, so erbittert waren sie auf die Schuldlose, weil sie sich durch die schändlichen Lügen und Verleumdungen hatten betören lassen. Aber der Blick der klaren, klitzernden Augen lähmte die Mörderhände. Auch fürchteten sie sich, die Schöne ins Gefängnis zu werfen, weil sie Sorge hatten, sie könnte einmal durch den Zauber ihrer Blicke die Wächter berücken und sie dazu bringen, ihr die Freiheit zu schenken. So musste die arme Glitzeritzi fort in ein fremdes Land. Das dumme Volk aber, das sich von den Hetzern und Verführern zum Aufruhr hatte aufreizen lassen, war schlimm daran. Jetzt hatten die selbstsüchtigen Führer und Verführer wieder alle Macht und stürzten das Volk, durch das sie ihre schlimmen Zwecke erreicht hatten, in Not und Elend, um es nur selber recht gut zu bekommen und reich zu werden. Das vertriebene Liebe Mädchen irrte unterdessen auf unbekannten Wegen umher und geriet in eine menschenleere Wildnis. Da sprang ihr ein hungriger Tiger entgegen, der auf Beute ausging. Als ihn aber Glitzeritzi mit ihren glitzernden Augen ansah, hielt er im Sprung ein, sauderte und plinzelte mit den Augen. Sie aber schaute ihm furchtlos und vorwurfsvoll gerade ins Gesicht. Das konnte das Raubtier ganz und gar nicht ertragen. Unruhig wandte es den Kopf zur Seite. Dann wagte es wieder scheu nach der schönen Gestalt zu spähen. Allein die leuchtenden Augen glitzerten es immer noch an. Da trete der Tiger sein Haupt schnell nach der anderen Seite. Das wiederholte er ein paar Mal. Aber er brachte es einfach nicht fertig, gerade auszusehen in die strahlenden Blitze dieser wunderbaren Mädchenaugen. Deshalb kehrte er knurrend um und trottete verzagt ins Dickicht. Im Nachbarland herrschte eine böse Königin. Er konnte auch niemand in die Augen blicken, gerade wie bei Glitzeritzi. Aber nicht, weil ihre Augen ebenso ehrlich geleuchtet hätten, sondern weil sie so tückisch und giftig funkelten. Dieses böse Weib drückte und quälte ihre Untertanen und saugte sie aus, so dass sich alle unter Seufzern und Tränen nach Erlösung von ihrer herzlosen Herrschaft sehnten. Ein ganz wunderschönes Weib war sie, wären nur ihre bösen Augen nicht gewesen. Nun hatte sie in allen Ländern bekannt machen lassen, dass sie nur einen Prinzen heiraten werde, der ihr geradeaus in die Augen sehen könne, fest und ohne mit einer Wimper zu zucken, der solle König werden. Denn sie dachte, wer ihren Blick aushalte, müsse ebenso schlimm und grausam sein wie sie, und nur einen solchen wollte sie zum Manne haben. Das Volk aber hoffte auf diese Weise, einen Herrscher zu bekommen, der es aus seinem Elend erlöse und die hartherzige Königin bändige. Es hoffte jedoch umsonst. So viele Prinzen auch kamen, die Probe zu wagen. Vor dem flammenden Giftblick der Schrecklichen musste jeder sofort die Augen senken oder geschließen. So mussten sie alle unter dem hohen Gelächter der schönen Hexe wieder umkehren. Es lebte aber zu jener Zeit in dem Lande Verizien ein junger edler Prinz von außerordentlicher Schönheit. Wahrfrei war sein Name, denn er liebte die Wahrheit über alles und redete frei und kühn heraus, sah auch jedermann frei ins Gesicht und hatte noch vor niemand die Augen niederschlagen müssen, weil er so durch und durch ehrlich war und ein reines Gewissen besaß. Der hörte von der Kundgebung der Königin und ihrer zauberischen Schönheit. Da beschloss er, die Probe zu wagen, so viele auch vor ihm dadurch zu Spott und Schanden geworden waren. So bestieg er eines Tages sein Ross, um in das Land Miserien zu reiten und die Königin Schreckhilde zu gewinnen und wie erhoffte auch zu zu bessern. Denn was ihn zu dem Wagnis trieb, war nicht der Ruf unerhörter Schönheit, der von jener Herrscherin in alle Lande erscholl. Lieber hätte er ja ein ganz armes und hässliches Mädchen geheiratet, wenn es nur gut und ehrlich gewesen wäre, als die allerschönste und mächtigste Königin, die so tückisch und grausam war. Er entschloss sich nur deshalb, um ein so schlechtes Weib zu werben, weil ihm der Jammer des Landes Miserien zu Herzen ging und er gedachte, das unglückliche Volk dort von seinem Leiden zu befreien und es recht glücklich zu machen. So selbstlos und edelmütig war der schöne Prinz. Unterdessen wanderte Glitzeritzi weiter durch die gefährliche Wildnis und nährte sich notdürftig von Beeren und wilden Früchten. Eines Tages aber hörte der Buschwald auf und sie kam in angebautes Land. Da erblickte sie reichtragende Felder und ganze Wälder von Obstbäumen, deren Zweige fast brachen unter der Last ihrer herrlichen Früchte. Dazwischen lachten saftige Wiesen und Weiden voll prächtigem Vieh. Silberhelle Bächlein plätscherten durch die Fluren und schattige Wälder säumten die auch. Aber in diesen gesegneten Gefilden sah man nichts als armselige, halb zerfallene Hütten und in Lumpen gekleidete Menschen, die schwer arbeiteten und deren bleiche, hohlwangige Gesichter die grausamsten Hungerqualen verrieten. »Warum seid ihr so arm?« fragte Glitzeritzi verwundert eine junge Frau, die so dürr war wie ein Bohnenstecken. »Ihr habt doch Vieh genug und Ecke, Wiesen und Obstbäume, die in der Fülle des himmlischen Segens strotzen.« »Ach«, erwiderte die Bäuerin traurig und voll Bitterkeit. Was hilft uns der reiche Segen? Wir haben doch nichts davon. Unsere Königin Schreckhilde ist ein gar böses Weib. Sie lebt in schwelgerischer Üppigkeit und heilloser Verschwendung und hat kein Herz für ihr hungerndes Volk. Alles nimmt sie uns weg, was Gott uns beschert, als Lohn für unsere harte mühselige Arbeit und lässt uns kaum das Schweinefutter, von dem wir kümmerlich nähren. Die Ferkel werden fett davon, den Menschen aber bekommt es nicht. Das sehe ich, ihr armen Leute, sagte Glitzeritzi mitleidig. Aber was tut denn eure Königin mit all dem Getreide, dem Obst und dem Vieh? So viel kann sie doch unmöglich verzehren, und wenn ihr Hofstadt noch so groß wäre. Aber sie verkauft es an die Nachbarländer, um recht viel Geld zu bekommen, denn sie ist habgierig und unersättlich und verschwendet Unmengen. Sie lebt herrlich und in Freuden mit ihrem faulen Hofgesinde. Sie schmückt sich mit Perlen, Diamanten und Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Sie trägt die kostbarsten Gewänder, alle Tage ein neues, denn heillos, eitel und hofertig ist sie auch. Da muss die feinste und teuerste Seide her aus China, der herrlichste Purpur aus Indien und Hermelin und Zobel aus Sibirien. Sie säuft Sekt in Strömen aus Champagnen, Austern lässt sie sich kommen aus Britannien und die feinsten Fische aus Skandinavien. Zudem allem braucht sie eine ganze Flotte von Schiffen, die immer unterwegs sind und ihr auch Bärenschenkel aus Kanada holen, zu saftigen Braten, dazu die köstlichsten Früchte aus Tropenland, Feigen, Bananen und Ananas und tausend andere Leckerbissen. Das alles kostet Geld, ach, so viel Geld. So wird der ganze Ertrag unserer schweren Arbeit verschlungen, nur damit unsere herzlose Königin alltäglich die üppigsten Speisen und Getränke, Gewände und Schmuck bekomme. Wir aber müssen uns halb tot schinden und den bittersten Hunger leiden, dazu noch Schläge und Quälereien und ungerechte Strafen erdulden von ihren rohen unbarmherzigen Polizeisoldaten. Gott helfe euch, rief Glitzeritzi, vor Mitleid zu Tränen gerührt. Sollten die Polizeisoldaten nicht Diener der Gerechtigkeit sein, die euch gegen Unrecht und Gewalt schützen? Aber ich weiß wohl, oft sind sie statt Schutzmänner Trutzmänner und missbrauchen ihre Macht voll hoffat und Härte, zumal wenn sie im Dienste einer ungerechten hartherzigen Herrschaft stehen. Da blickte die Frau dankbar in Glitzeritzi's Augen, denn ihre warme Teilnahme tat ihr wohl, und weil sie ehrlich und schuldlos war, konnte sie den strahlenden Glanz gar wohl ertragen. Ja, sie freute sich seiner. Du sprichst nur zu wahr, sagte sie, aber was hast du für herrliche Augen, da möchte ich nur immer hineinschauen, weil sie so himmlisch leuchten und so freundlich und gut sind, so treu und ehrlich. Allein sie glitzern so hell, dass sie mich fast blenden, wahrhaftig. Ich glaube, du könntest unserer Königin in die funkelnden Augensterne blicken, ohne zu zucken. Ach, dass du ein Prinz wärst, gewiss würdest du uns dann erlösen. Wie meinst du das? fragte das schöne Mädchen, das von der Kundgebung der bösen Königin noch nichts wusste. Die Bauersfrau fragte verwundert, weißt du's denn nicht, was unsere Königin Schreckhilde doch in allen Ländern hat bekannt machen lassen? Sie hat nämlich einen boshaften Eid getan, nur einen Prinzen zu heiraten, der ihr gerade und fest in ihre türkischen Augen blicken könne, der solle Herrscher werden über das Land. Die Probe wollte ich wohl bestehen, denn ich fürchte niemand und kann jedermann frei in die Augen sehen, entgegnete Glitzeritzi. Nur bin ich eben nichts als ein armes Mädchen und kann die Unholdin nicht heiraten. Wäre ich aber auch ein Prinz, ich möchte das doch nicht. Gott bewahre jeden ehrlichen Mann vor solch einem Weibe. Ach was, sagte die Bauers Frau, du musst trotzdem hingehen und die Königin bezwingen mit deinem sonnigen Blick. Bist du auch kein Prinz und kannst sie nicht zur Ehe nehmen, so hast du doch dann ihre Bedingung erfüllt. Dazu helfe dir Gott. Und dann musst du unsere Herrscherin werden. Oh, wenn uns dieses Glück erblühen könnte. Und die Bäuerin rief alle Männer und Frauen rings umher zusammen. Die waren alle der gleichen Meinung. Wenn die holzselige Jungfrau die Probe bestehe, so gelte der Eid der Königin und sie müsse Thron und Reich an die Siegerin abgeben. Sie dachten sich wohl, dass Schreckhilde davon nichts werde wissen wollen. Darum wollten sie alle mitgehen, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. So nahmen sie das Mädchen in ihre Mitte und geleiteten es zur Hauptstadt. Unterwegs in allen Dörfern und Städten verkündigten sie ihr Vorhaben, das schöne, gute, fremde Mädchen mit den lieben, ehrlichen Glitzer Augen zur Herrscherin des Landes zu berufen, wenn es die Bedingung der Königin erfülle, woran sie nicht zweifelten. Alle, die das engelschöne Wesen erblickten, stimmten begeistert diesem Beschluss zu, und überall schlossen sich die Männer und Frauen der Ortschaften in großer Menge dem Zuge an, der ganz gewaltig Anwuchs. Schreckhilde erschrak in ihrem bösen Herzen, als ihr angesagt wurde, dass ein unabsehbares Heer ihrer empörten Untertanen sich gegen die Hauptstadt wälze, so groß, dass sie mit ihrer ganzen Heeres- und Polizeimacht nicht dagegen aufkommen könnte. Man berichtete ihr auch, dass diese erbitterten Massen ein junges Mädchen mit sich führten, von strahlender Schönheit und mit glitzernden Augen, wie Sonnenglanz auf blauen Meereswellen. Und diese Maid wollten die Leute zur Königin erheben, wenn sie die Probe bestehe, was jedermann für wahrscheinlich halte, der ihre wundersamen blitzenden Augen gesehen habe. Bald erfüllte die wogende Menge alle Straßen der Hauptstadt und den großen Platz vor dem Schloss. Schreckhilde war in größter Aufregung und Sorge, denn sie fürchtete, das fremde Mädchen werde vielleicht doch ihren Blick ertragen, wenn das auch bisher noch keinem Menschen gelungen war. Und dann werde das Volk begehren, dass sie selber abdanke und die Krone niederlege. Sie ließ aber den Leuten verkünden, das gelte nicht. Königin könne nur sie selber sein, und sie wolle und werde es bleiben. Sie habe bloß geschworen, einen Prinzen zu heiraten, der die Aufgabe erfülle, ihr Freien die Augen zu schauen. Niemals aber habe sie davon geredet, dass sie ihren Königsthron einer anderen abtreten wolle. Allein die Menge murrte und drohte und schrie laut, sie verlange die Probe. Schon drängten die Massen gegen die Tore des Palastes, die Schreckhilde eiligst hatte schließen lassen. Und es war vorauszusehen, dass der gewaltige Druck von Hunderttausenden die Pforten bald sprengen werde. Wenn die Wütenden das Schloss überfluteten, dann konnte die Königin nichts mehr ausrichten gegen den Willen des Volkes. Ja, sie schwebte in Todesgefahr. Da trat sie selber auf die Altane des Schlosses und ließ die tückisch funkelnden Augen über die Menge hin blitzen, sodass alle sich duckten und zu Buden sahen. Die Königin aber rief, Gebt Raum und zieht euch zehn Schritte zurück. Ich will die fremde Dirne zur Probe zulassen, obgleich ich durch meinen Eid nicht dazu verpflichtet bin. Weil ich sehe, dass es der Wunsch meines Volkes ist, will ich es tun, denn ich bin gut und liebe mein Volk mütterlich. Darum denke ich nur daran, seinen Willen zu erfüllen, wo es mir möglich ist. Oh, wie sie lügt, murmelte ein Kreis, und wie sie lügt, flüsterten ihm Tausende nach. Allein sie wichen zurück und machten Glitzeritzi Platz, das Schloss zu betreten. Unterdessen war Schreckhilde wieder in den Königssaal zurückgegangen und befahl ihren Leibwächtern, so wie ihr seht, dass die Dirne meinen Blick aushält, was ich freilich nicht glaube, so stechet sie eilends nieder, sonst wäre das Volk in seiner Erregung im Stande, mich vom Throne zu stürzen und die fremde Hexe an meine Stelle zu setzen. Der Menge aber verkünden wir, sie habe die Probe so wenig bestanden wie alle, die es vor ihr versuchten und sei beschämt durch eine Hinterpforte entwichen. Dann können sie lange nach ihr suchen. Da erscholl draußen der Klang eines Histhorns. Ein wunderschöner Prinz zog in die Hauptstadt ein. Das Volk teilte sich, um ihm freie Bahn zu schaffen und bildete eine offene Gasse bis zum Palast. Denn alsbald hatte sich die Kunde verbreitet, auch dieser Prinz sei gekommen, um das Wagnis zu unternehmen. Und wer in seine strahlenden Augen schaute, vor deren Licht im Feuer er alsbald die Blicke senken musste, der dachte bei sich, wer weiß, auch der könnte am Ende die Bedingung erfüllen. Prinz war frei, aus Veritien war es, der stolz durch die Gasse ritt, die ihm die Menge geöffnet hatte. Vor dem Schloss sprang er vom Pferd, das bereitwillige Hände am Zügel fassten und eilte die Marmorstufen empor. Zugleich mit Glitzeritzi, die langsam und bescheiden die Treppe hinauf gestiegen war, gelangte er in die große Königshalle, die viele tausend Menschen fassen konnte, sodass sie beinahe leer erschien, trotz der vielen Ritter, Kriegsmannen und Edelfräulein, die darin versammelt waren. Im Hintergrund des Saales saß die wilde Königin Schreckhilde auf einem prächtigen goldstrotzenden Thron, der mit Edelsteinen übersät war und flimmerte und blitzte, dass der Glanz kaum ertragen werden konnte. Ein zweiter Thron zu ihrer Rechten stand leer. Er war bestimmt für den König, falls sie einen Gemahl erwählen sollte. Vor Schreckhildens Thron stand ihre schwer bewaffnete Leibwache, zu Schutz und Trutz bereit, und zwei Reihen gepanzerter Ritter mit Plankenschwertern säumten einen freien Gang von den Thronsesseln bis zum Eingang der Halle. Stumm starrten die Ritter, als die Pforten sich öffneten und die wunderliebliche Glitzeritzi eintrat, gefolgt von dem schönen Prinzen Warfrey, der nur noch Augen hatte für die entzückende Gestalt, die vor ihm wandelte. Das Volk aber drängte den beiden nach mit unwiderstehlicher Gewalt, denn alle riefen, wir wollen auch der Probe zuschauen, damit wir mit eigenen Augen sehen, ob auch alles gerecht und ehrlich zugehe. Da war kein Aufhalten. Die Ritter in ihren stählernen Rüstungen mussten zurückweichen, bis an die hinterste Wand, und viele Tausende von Bürgern und Bauern füllten den Thronsaal. Andere Tausende standen noch auf der Marmortreppe und im weiten Hof. Nun war der bösen Königin gar nicht mehr wohl zumute und auch den Rittern und Leibwächtern schwand aller Trotz. Sie steckten ihre Schwerter in die Scheide, weil sie nur zu klar voraussahen, dass sie hier keine Gewalt brauchen oder gar eine Bluttat verüben durften, wenn sie nicht wollten, dass die übermächtigen Rotten sie in ihrer Wut erdrückten und erschlügen. Jetzt standen Glitzeritzi und Warfrei Seite an Seite vor dem Thron. Und alles wurde still in dem weiten Raum, denn jedermann war gespannt auf die Dinge, die sich nun begeben würden. Mit ihren grün funkelnden Augen schoss die Königin durchbohrende Blicke auf das Paar, um es zu schrecken und einzuschüchtern. Zuerst wollte sie die Jungfrau zwingen, die Wimpern zu senken. Allein diese schaute ruhig und unverwandt zu ihr empor. Und nicht lange war Schreckhilde im Stande, das glitzernde Feuer dieser herrlichen Augen zu ertragen. Ihre Züge verzerrten sich angstvoll und sie musste sich abwenden und die dunkelwimprigen Augenlider schließen. Da erscholl in der Menge ein brausendes Hohngelächter und ermischt mit lauten Jubelrufen, wodurch die Herrscherin noch mehr in Verwirrung gebracht wurde. Zugleich aber bemächtigte sich ihrer eine grenzenlose Wut. Sie nahm sich zusammen und riss ihre schillernden Augen auf, soweit sie nur konnte. Jetzt schoss sie die unheimlichen grünen Blitze auf den Prinzen hernieder, als wollte sie ihn mit den Feuerflammen ihrer Blicke verzehren. Prinz Wafra jedoch schaute sie spöttisch an. Denn da er gesehen, dass sie nicht einmal der Jungfrau Blick ertragen konnte, da hatte er alle Sorge vor der Zaubermacht ihre Hexenaugen verloren und dachte bei sich, lass sehen, wer am längsten den anderen anschauen kann, ohne zu lachen. Der Königin aber war es durchaus nicht zum Lachen. Vor dem Flammenstrahl, der sie aus des Prinzen Augen traf, zuckte sie schreckhaft zusammen, duckte sich wie eine furchtsame Katze, kniff die Augen fest zu und presste noch ihre Hand darauf. Denn es war ihr, als ob das helle Licht aus der Jungfrau glitzernden und des Jünglings flammenden Augen ihr noch durch die geschlossenen Augenlider bis in ihr Innerstes hineinleuchte und brenne und die verborgensten Winkel ihrer sündenvollen Seele erhelle, die doch des Schutzes der Finsternis so notwendig bedurften. Und das schaffte ihr unerträgliche Pein. Noch lauter und gellender brauste jetzt der Jubel und das Hohngelächter der Menge durch die Halle, als es offenbar wurde, dass die böse Königin auch ihren zweiten Meister gefunden hatte. Schreckhilde raste im Herzen und brannte vor Ärger und Scham. Doch sie hatte wohl gesehen, wie wunderschön der Prinz war. Und der Gedanke, ihn zum Gemahl zu bekommen, erfüllte sie mit heimlicher Freude. Sie dachte auch, wenn sie nur einmal sein Weib sei, werde sie ihn quälen, bis er ihr in allem den Willen tue, um Ruhe zu haben, und dann könne sie ihn leicht zur Sünde verführen, so dass sein Auge das reine Feuer verlieren würde, das sie nicht zu ertragen vermochte. So öffnete sie die Augenlider ein wenig, hütete sich jedoch ängstlich, dem Königssohn in die Flammenaugen zu sehen, als sie sprach, schöner Prinz, du hast als erstes die schwere Probe bestanden, ich bekenne mich besiegt und erhebe dich gemäß meinem Eid zu meinem Ehegemal und zum Beherrscher des Landes. Das Volk freute sich nur halb dieser Worte. Wohl wären alle froh gewesen, den schönen edlen Prinzen zum König zu bekommen, der so frei und ehrlich blickte, aber es dauerte sie in der Seele, wenn er eine so böse Sieben zur Frau erhalten sollte. Ach, wenn sie doch die sanfte Glitzeritzi zur Königin bekommen hätten. Die passte auch viel besser für ihn, aber das wäre wohl zu viel Glück gewesen. Sie verhielten sich aber um zunächst zu hören, was der kühne Sieger antworten werde. Du irrst, o stolze Königin, der Erste war ich nicht für wahr, der in der Probe standhaft war. Hier steht die erste Siegerin, die mit dem hellen Wahrheitsstrahl aus ihren klaren Himmelsaugen dir deinen Trotzken Siegmut stahl und goss die Flut des Heilgen Kral in deines Herzens bittre Laugen. Ja, deiner funkelnden Irrblicke, grausame Tücke, hat sie gelöscht durch ihre Macht, die dich in Angst und Scham gebracht. Es reizt mich nicht dein schöner Leib, auch lockt mich nicht ein Königstron, und es begehrt dich nicht zum Weib, war frei des Königs Freimund Sohn. Dein armes Volk zwar führt ich gern aus seinem Jammerlos zum Glück, doch du bist nicht der Morgenstern, der ihm die Sonne bringt zurück. Ich schaue eine andere hier, die schöner ist viel tausend Mal, als du in deiner Königstier und deiner Reize Zauberstrahl, wenn die ihr Herz mir brächte da, um mein geliebtes Weib zu werden, so wär ich seliger auf Erden, als je ein stolzer König war. Glitzerizzi war tief beschämt über die hohe Ehre, die ihr der herrliche Königssohn vor allen Leuten antat und deren sie sich nicht würdig fühlte. Doch war sie ihm dankbar für seine hochherzigen Worte und sie schaute ihn holzselig an mit ihren sonnigen wonnigen Augen und er versenkte seine flammenden Blicke tief in dies liebe Augenpaar und keines der beiden hielt des anderen Blick nicht vielmehr war es ihnen eine Wonne die reinen redlichen Seelen ineinander zu tauchen die schöne Jungfrau aber sagte unter lieblichem erröten wie sollt ich armes Mägdelein ein weisen Kind aus fernem Land der hohen Ehre würdig sein dass mir ein Prinz reicht seine Hand Prinz war frei erwiderte als bald mehr wert ist mir ein fromm Gemüt als Diadem und goldner Gurt wer rein und ehrlich auferblüht der ist von edelster Geburt sie schauten sich aber immer noch durch die Augen in die goldklaren Seelen und lasen darinnen nur heilige Liebe und seliges Glück da schloss Prinz war frei Glitzeritzi in seine Arme und gab ihr den Brautkuss auf ihren Rosenmund und sie schmiegte sich hingebend an seine starke Brust und lehnte ihr goldiges Köpfchen an seine Schulter Die Königin Schreckhilde jedoch schäumte vor Wut und Eifersucht dass ihr eine andere vorgezogen werden sollte mehr noch als ihre verschmähte Liebe die doch nur Selbstsucht war kränkte sie ihre verletzte Eitelkeit und so schrie sie noch bin ich hier die Herrscherin ich duld es nicht das darf nicht sein dass ich nur die Bedrogene bin der schöne Königssohn ist mein ich hebe ihn auf den Königsthron nach meinem Sinn soll er regieren der Dirne aber gibt den Lohn den sie verdient fürs Rebellieren im Wahnwitz sucht ihr falscher Sinn von meinem Thron mich zu verdrängen knüpft sie als Hochverräterin am Galgen auf man muss sie hängen da brüllte das Volk vor Zorn auf denn es begehrte die holde Glitzerit sie zur Königin und wollte die grausame Herrin los sein sie schrien alle wahrfrei ist König über das Land denn er hielt schreck Hildens Glut blicken stand Glitzerit sie sei unsere Königin denn sie ist von mildem und redlichem Sinn und 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 sie der König aus freier Wahl erhoben zu seinem Ehe Gemahl so stimmen wir alle mit Jubel ein noch heute soll ihre Hochzeit sein der frechen Unholdin auf dem Thron soll aber werden verdienter Lohn für alles was sie an uns verbrochen sie hat ihr eigenes Urteil gesprochen ein Ende soll haben unsere Not reißt sie herunter und schlagt sie tot Da griffen starke Hände nach Schreckhilde und zerrten sie vom Thron herab ihre Ritter und Leibwächter die sie gellend um Hilfe anrief getrauten sich nicht ihr gegen das wütende Volk beizustehen auch war ihnen selber Glitzerit sie als Königin Willkommener als ihre bisherige herzlose Herrin ehe es Prinz war frei oder seine Braut hindern konnten fiel die tobende Menge über die entthronte Fürstin her die am ganzen Leibe zitterte und vor Entsetzen heulte und brüllte bisher hatte sie ihr Volk misshandelt und so viele vor Mangel und Elend sterben lassen nun sollte sie selber misshandelt werden und den Tod erleiden »Wohl« wohlgeboten war frei an dem kein Leid ich sehen mag, und seid ihr heute frei geworden, befleckt euch nicht mit Blut und Morden. Mein höchster Freudentag ist heute, drum freut euch mit mir, ihr Leute, und tuet niemand Leides an. Gebt auch der Fürstin freie Bahn, die ihr des Thrones habt beraubt, geheiligt sei für euch ihr Haupt. Als ihr Bräutigam so gesprochen hatte, nahm auch Glitzeritzi das Wort und sprach, folgt mir, ihr Lieben, denn ich bin von heute an eure Königin. Kein Leid tut dieser Ärmsten an, so viel sie euch auch Leids getan. Zeigt besser euch und tragt Geduld, vergeltet Schulden nicht mit Schuld, zumal an solchem Freudentag frei lasst sie ziehen, wohin sie mag. Vergebet dir, die euch gehasst, auch alle ihre Schätze lasst, sie mit sich nehmen ungehindert, dass ihre Trübsal sei gelindert, und sie nicht bitteren Mangel duldet, wie ihr ihn littet unverschuldet. Beweiset frommen Edelsinn, das wünschet eure Königin. Und der Junge war frei, fügte noch hinzu, Als euer König ruf ich laut, gehorchet meiner lieben Braut, und dieses sei mein Erstgebot. In meinem Land soll keine Nut, mir irgendeinen Bürger quälen, und keinem soll's an etwas fehlen. Wer Mangel hat, dem helft vereint, und wäre es auch euer Feind. Fortan sollt ihr der bösen Sünden nur noch mit Gutem überwinden. Da sah das Volk erst, was für ein edles und herrliches Königspaar es gewonnen hatte, und jauchzte ihm begeistert zu. Niemand wollte mehr Schreckhilde quälen oder gar töten, und alle riefen, Wir alle richten unseren Sinn nach unserer holden Königin und unserem edlen König gern, denn so gefällt's auch Gott, dem Herrn. Feindschaft und Bosheit sollen ruhen, wir wollen nur noch Gutes tun. Vor so viel Großmut schmolz selbst das trotzige Herz der bösen Königin, die ihren Thron verloren und um ihr Leben gezittert hatte, und sie rief aus, Wie Feuerkohlen brennt mich heiß, was heut ihr tatet an mir Armen, so dass ich nicht zu danken weiß für euer Unverdient Erbarmen. Wehe mir, wenn eure Rache mich gerecht bestrafte für mein Treiben, in meinen Sünden stürbe ich und müsste in der Hölle leiden. Unwürdig war ich meines Thrones, war frei und glitzerit sie sind, der Krone wehrt und eines Lohnes, wie ihn ihr Edelmut gewinnt. Ich wollte Glitzerit sie töten und war freis Seeleganz verderben. Sie lassen mich vor Scham erröten, denn ohne sie müsste ich jetzt sterben. Vergeblich sei nicht ihre Huld, durch die mein Stein an Herz zerschmolz. Ich büße fortan meine Schuld und dien dem Herrn am Kreuzesholz. Wer solche Feindesliebe lehrte, die mir mein Unglücklicht verklärte, die ich nur Böses hab getan an meinen armen Landeskindern, ich will nur Gutes tun fortan und helfen alle Leidenländern. Die Hand, die sonst so grausam war, nur Kummerfalten forthin klettet, dies sei mein Dank, du edles Paar, das meine Seele heut gerettet. Schreckhilde zog nun in die Wildnis, wo sie sich eine bescheidene Hütte baute. Da nahm sie müde und verirrte Wanderer auf. Sie lebte in der größten Einfachheit und in freiwilliger Entbehrung und verwendete ihre Reichtümer nur, um den Armen und Notleidenden zu helfen. Im Wald sammelte sie Heilkräuter, aus denen sie gesundheitsspendende Tränke bereitete. Mit diesen ging sie zu allen Kranken, Leidenden und Gebrechlichen und pflegte sie liebevoll und unermüdlich. Sie nannte sich fortan Bußhilde und fand in ihrer frommen Tätigkeit einen reichen Lohn durch die Liebe, die jedermann ihr entgegenbrachte und durch das gute Gewissen, das ihre Seele mit Frieden erfüllte. So glücklich hatte sie sich als mächtige Königin in Schwelgerei und unermesslichem Reichtum nie gefühlt, wie jetzt in ihrer freiwilligen Armut und Entsagung. König war frei und Königin Glitzeritzi aber waren nicht nur glücklich, wie kein anderes Paar auf Erden, sondern sie machten auch ihr Land zum glücklichsten aller Länder. Sie herrschten mit Gerechtigkeit, Milde und Liebe und lehrten ihre Untertanen Gutes tun und Zank und Streit meiden. Überall blühten Fleiß, Wohlstand und Zufriedenheit und ein frommer Sinn erfüllte die Seelen mit himmlischem Frieden. Freveltaten und Verbrechen kamen bald gar nicht mehr vor. Hatte das Königreich früher Miserien geheißen, das heißt das Land des Elends? So nannte man es jetzt Felizien, das glückliche Land. actually zummer die Land, hat das 마�ike So is das